Wenn du die FLIR Wärmebildkamera in deinem Catphone benutzt, dann wird die wahrscheinlich mehr können als ihr bewusst ist. Deshalb gebe ich dir heute einen tieferen Einblick in die Funktionen der IR-Skala, ISO-Therm und den Alarmmodus. Schau dir auch gerne die anderen Videos an, um dir noch mehr Infos über dein Catphone zu holen. Wenn du die IR-Skala verstanden hast, dann bist du auf dem besten Weg, Catphone-Profi zu werden. Die IR-Skala wird auf der rechten Seite dargestellt und zeigt die Beziehung zwischen den erfassten Temperaturen und den im Bild dargestellten Farben. In einem anderen Video kannst du dir anschauen, was das Schloss mit diesen Werten zu tun hat. Die IR-Skala gibt dir die Möglichkeit, durch Halten und Verschieben der Farbskala einen eigenen Wertebereich festzulegen, der die obere oder untere Gänze der farblich dargestellten Temperaturen festlegt. Das heißt, dass du manuell die Ober- und Untergrenze des Messbereichs einstellen kannst. Anstatt zu wischen, kannst du auch die Werte antippen und manuell eingeben. Alles, was ober- bzw. unterhalb des eingestellten Bereichs gemessen wird, wird grau dargestellt. So siehst du auf den ersten Blick, was für dich von Interesse ist. Hierbei wird automatisch die Temperaturbereichssperre aktiviert. Wenn du diese wieder löst, werden deine Einstellungen zurückgesetzt und wieder veränderlich geschaltet. Als nächstes werfen wir einen Blick auf das Menü für Isotherm und Alarm. Hier kannst du Temperaturbereiche mit Ober- und Untergrenze definieren. Über die Farbfelder auf der linken Seite wird bestimmt, in welcher Farbe der ausgewählte Temperaturbereich dargestellt werden soll. Wird ein Objekt mit einer Temperatur außerhalb eines definierten Bereichs erkannt, wird es in einer anderen Farbe angezeigt. Um eine Über- bzw. Unterschreitung nicht zu verpassen, kannst du unter Alarm Automatisierung auswählen. Du kannst Fotos automatisch aufnehmen lassen, dein Cat-Phone vibrieren lassen oder dir eine Push-Benachrichtigung zuschicken lassen. Das kann sinnvoll sein, wenn es um viele Informationen oder eine klare Darstellung der Objekte geht. Wenn du mehr über dein Cat-Phone erfahren willst, dann schau dir auch die anderen Videos an.